Das Spiel Up in die Box richtet sich an Kinder ab vier Jahren und kann mit zwei bis sechs Spielern gespielt werden. Zunächst werden die Holzstäbe auf die teilnehmenden Kinder verteilt. Dann wird entschieden, ob mit dem Zahlenwürfel oder mit dem Farbwürfel gespielt wird. Also die fortgeschrittenen Kinder, die bereits die Zahlen beherrschen, können den Zahlenwürfel nehmen. Anfänger nehmen vielleicht am Anfang erst einmal den Farbwürfel. Ich zeige Ihnen das Spiel jetzt einfach einmal mit dem Farbwürfel. Der jüngste Spieler beginnt und würfelt. Blau. Das Kind darf nun einen seiner Holzstäbe in das Loch mit der blauen Farbe stecken. Und der nächste Spieler ist an der Reihe. Wie der Blau. Ist in dem blauen Loch bereits ein Stab gesetzt, so muss dieser Spieler den Stab zu sich nehmen. Er hat also einen Stab mehr, was schlecht ist. Denn Ziel des Spiels ist es, alle Stäbe loszuwerden. Und einen Stab wird man nur los, wenn man rot oder bzw. beim Zahlenwürfel die 6 würfelt. Denn hier fällt der Stab einfach hindurch in die Box.